Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bloodhound. Der Bloodhound ist ein klassischer Cocktail, den man schwer einordnen kann. Seinen Namen kann man nicht wörtlich nehmen, weil er eher soft ist. Er war in den 1920er Jahren einer beliebtesten Cocktails der Gesellschaft. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Gin, 2cl Vermouth Bianco, 2cl Vermouth 3, 3 Erdbeeren, Crushed Ice. Folgende Utensilien werden benötigt. Mixer, Strähner, Cocktailglas. Zubereitung Crushed Ice in einen Mixer geben, Gin, Vermouth und die Erdbeeren dazugeben. Schön glatt mixen, in ein Cocktailglas abseihen, eiskalt servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!